Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu dem Thema Non-Fiction November. Non-Fiction November ist eine Aufgabenstellung, ein Readathon, der seit, ich glaube, sieben Jahren von Olive, deren Kanal The Book Olive heißt, organisiert wird. Und sie hat ein Ankündigungsvideo zu der diesjährigen Aufgabenstellung gemacht, das ich natürlich in der Infobox verlinke. Es gibt dieses Jahr erstmals auch einen eigenen Instagram-Kanal, auch der wird unten verlinkt. Es geht darum, mindestens ein Non-Fiction-Buch zu lesen, also ein Sachbuch. Man hat dabei freie Wahl. Man kann, wenn man möchte, sich an einer der Aufgabenstellungen orientieren. Und auch das kann man enger oder freier verstehen. Ein Beispiel für eine freie Interpretation der verschiedenen Vorgaben findet sich auf dem Kanal von Britta Böhler. Auch ihr Video verlinke ich. Ich selber habe auf alle Fälle noch die Autobiografie von Barack Obama als Non-Fiction-Book für den November. Und ich habe mir ein weiteres vorgenommen. Thorsten Körner in der Männerrepublik, wie Frauen die Politik erobert. Und hier geht es um die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und der Autor will die Perspektive erweitern und zeigen, dass es schon immer, wenn auch wenige, Frauen gegeben hat, die sich politisch engagiert haben, schon vor 1983, dem Einzug der Grünen in den Deutschen Bundestag, dass es dann mehr geworden sind und mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen Politikerinnen zu kämpfen hatten und haben. Und ein besonders eklatantes Beispiel für die unterschiedliche Wahrnehmung von Politikerinnen, mit Klammer auf männlich, und Politikerinnen, mit Klammer auf weiblich, hat sich ja in den vergangenen Monaten bei Bündnis 90 Die Grünen gezeigt, wie es in der Berichterstattung und in der Abdeckung von Robert Habeck auf der einen Seite und Annalena Baerbock auf der anderen Seite bestellt war. Und diesem Thema nimmt dieses Buch sich an. Auf diese Lektüre freue ich mich schon sehr. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich mache keine echte Ankündigung, dass ich noch drei oder vier andere Bücher lesen werde. Daraus wird nämlich höchstwahrscheinlich nichts werden. Ich habe dann aber noch so ein bisschen in meinen Regalen gestöbert und drei gefunden, die ich A hier zeigen möchte. Und auf die zu lesen, ich durchaus Lust verspüre. Und vielleicht ergibt sich im Non-Fiction-November ja doch die Möglichkeit, zumindest eines davon zu beginnen. Ein kürzeres Buch ist dieses hier herausgegeben von Heinrich Oberreuther, Preceptor Germaniae, Thomas Mann und die politische Kultur der Deutschen. Das ist ein Sammelband mit zehn Beiträgen, die sich mit dem Wirken von Thomas Mann im Hinblick auf politische Positionierung beschäftigen. Also Lernprozesse, Erster Weltkrieg und Weimarer Republik, Exiliare und Nationalsozialismus, Vereinnahmung und Verfähmung in Nachkriegsdeutschland und schließlich Rezeption und Selbstverständnis. Das sind interessante Fachbeiträge von renommierten Autorinnen und Autoren. So etwas lese ich sehr gerne. Mal sehen, ob Zeit dafür ist, zumindest einen dieser Beiträge näher in den Blick zu nehmen. Das andere sind dann zwei durchaus respektabel Sachbücher, auch vom Umfang her. Einmal Ezra Klein, Der tiefe Graben, wo es um die gespaltenen Staaten von Amerika geht. Und dieses Buch habe ich vor einigen Monaten gekauft. Und es ist ja nach wie vor so, dass die politische Situation in den USA auch nach der Wahl von Joe Biden nicht befriedet ist. Und auch im Parlament, in beiden Häusern des Kongresses, diese antagonistische Situation fortbesteht. Und das Buch von Ezra Klein unternimmt es eben zu erklären, wie es zu dieser tiefen Spaltung gekommen ist. Die Tea-Party-Bewegung ist ja nicht der Auslöser des Ganzen, sondern sie setzt ja auf tiefe, schichtige Phänomene auf. Und dem geht dieses Buch nach. Also eigentlich etwas, was ich sehr gerne lesen würde. Das gilt auch für dieses Buch hier. Ian Morris Beute, Ernte, Öl, wie Energiequellen Gesellschaften formen und wie Energiepreise Gesellschaften formen. Das wird man ja demnächst auch bei uns intensiver beobachten können. Aber die Quelle als solche und die Möglichkeiten, die sie eröffnet in Landwirtschaft, Technik, in den Möglichkeiten der Unterstützung menschlicher Arbeitskraft, der Ersetzung menschlicher Arbeitskraft und einer Reihe von Folgeprodukten, die gewonnen werden können. Also ein umfangreichendes, spannendes Thema. Aber ich fürchte, für diesen November, möglicherweise auch für dieses Jahr, wird es nichts werden. Aber ich habe mir die Bücher sozusagen nach vorne geholt. Ich habe wieder einmal in sie hineingeschaut. Ich habe Gefallen an ihnen gefunden. Und es wäre schön, wenn ich früher oder später tatsächlich nicht nur auf den Geschmack käme, sondern das dann auch umsetzen würde in Leseaktivität. Wie sieht das bei euch aus? Macht ihr im Non-Fiction-November mit? Oder lest ihr eigentlich gar keine Non-Fiction-Bücher? Wenn nein, warum nicht? Und was habt ihr sonst für Lesepläne? Wie sieht es bei euch aus im herbstlichsten Monat des Jahres, als den ich den November immer empfinde? Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst auch gern einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.